Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbeln. Neben mir sitzt Jasper von Wurmwelten.de. Wir haben es heute von den Würmern. Offensichtlich braucht man für die Wurmkiste und Wurmkompost Würmer. Was sind das für Würmer? Woher kommen die? Das sind spezielle Regenwürmer, sogenannte Kompostwürmer. Da gibt es verschiedene Arten. In Deutschland sind drei davon heimisch und die sehen wir hier. Das ist ein heimischer Wurm. Das ist ein heimischer Wurm, absolut. So einen fremden Wurm würden wir ja nicht. Nein, genau, das wollen wir nicht. Das sind also heimische Würmer, sind auch bekannt unter dem Namen Mistwürmer oder Tennessee Wiggler, sind aber alle total heimisch. Und das Besondere an so einem Kompostwurm ist, dass Kompostwürmer nur in den oberen 20 cm der Streuschicht leben. Sie vermehren sich, sie sind keine Einzelgänger, wie zum Beispiel der bekannte Tauwurm. Das ist dieser graue Wurm, der in senkrechten Röhren lebt und ab und zu mal ein Grashalm oder ein Blatt mit reinzieht. Tauwürmer leben von mineralischer Erde, Kompostwürmer leben von organischem Material. Setzen das sehr schnell um, fressen das sehr schnell auf und vermehren sich auch sehr schnell. Das heißt, ich muss nicht permanent da wieder Würmer nachkaufen? Oder wenn ich mal den Wurm habe, dann für fast immer? Ganz genau. Wie lange dauert das? Von der Paarung bis zu einem geschlechtsreifen Wurm, bei optimalen Bedingungen, vergehen sechs bis acht Wochen. Und wenn ich mal die Würmer habe hier in meinem Kompostsystem, wie lange bleiben die mir treu, wenigstens die Würmer? Also die ursprünglich gelieferten Würmer, wir schätzen, dass sie so zwei Jahre überleben, aber wenn die Wurmkiste regelmäßig gefüttert wird und im Sommer nicht so heiß wird, ist das ein Prozess, der unendlich weitergeht. Solange man daran denkt, über den Mineralmix die richtigen Spurenelemente hinzuzufügen. Das kommt immer noch zusätzlich. Das brauchen die, damit die leben können. Ganz genau. Die brauchen neben der grünen Ware, wie ich Fleisch brauche, unbedingt, brauchen die noch diese Mineralstoffe hier. Genau. Wenn man also die durchschnittlichen Küchenabfälle reinschmeißt, ist die Population hier zu dicht, dass man genügend Spurenelemente liefert und das übernimmt dann der Mineralmix. Also diesen gleichen Wurm würde ich auch draußen in der Natur irgendwo treffen? Absolut, im Kompostlaufen zum Beispiel. Genau. Jetzt noch zwei Fragen. Zuerst eine, wie produzierst du die Würmer? Ich produziert die, also das ist die erste Fabrik für Würmer eigentlich, von der ich gehört habe. Ach so. Wie machst du die Würmer? Ja, wir, genau wie in diesem kleinen Stil hier machen wir das im großen Stil mit vielen, vielen Kisten. Und wir füttern die Würmer und dann vermehren sie sich. Bekommen die auch mal Husten oder Durchfall? Bekommen die auch Krankheiten? Würmer sind ein erstaunlich resistenter Organismus. Es gibt wenige Parasiten, die sie befallen können und keine bekannten Krankheiten. Okay, das ist schon mal ein Vorteil. Letzte Frage noch. Du hast vorher so in die Würmer gegriffen, vielleicht machst du das nochmals? Ja. Jeden anderen würde es ekeln. Also hattest du diesen Reflex, dass man da sozusagen die Hand wieder zurückzieht, nie? Oder musstest du das überwinden? Natürlich. Also als ich damit angefangen habe, war ich zögerlich. Inzwischen bin ich im 10. Jahr, da ist die Scheu dann gefallen. Genau. So endet man nach 10 Jahren mit Würmern. So ist es. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht es zu Lubera.com, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht es zu Gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos servieren können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter. Meinen Weg!